10 Arten von Söhnen Der Wunschsohn Hier ist ja der gewünschte Controller Danke, James. Sie dürfen wir Der Agro-Zone Dafür ist es geschafft, das 10 Minuten nicht auszupasten Was ich eigentlich schenke? Nein! Nein, Rassisten! Siri, Opa-Damm! Nein, siehst du alt! Alt! Ich will das nicht! Nein! Gewinn den Tindos, Twitch! Der Gamersohn Wow! Da wird er sich drüber freuen Was ist das? Was? Der Geldgeile Sohn Hier ist dein Faschengeld, wie wir es vereinbart haben Nein, 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 nein Du vergisst da eine kleine Sache Du vergisst da eine kleine Sache Einen großen Vorteil für dich, mein lieber Vater Einen großen Vorteil für dich Wenn du nämlich die Diskursivikennst Der Bilanz des Monopols Abziehst von der zu wenig Klenz Des Super-Ingenierungs Dann erhältst du einen Vorteil Und das müssen wir auslosen Und das müssen wir auslosen Also, zwei Euro mehr Der faule Sohn Ist das dein Ernst? Es ist 15 Uhr Geh mal raus oder so Aber, nein, ich will nicht rausgehen Die sind alle voll faul Die wollen sich nicht bewegen Der, der nie aufräumt Sohn, hält dir irgendwas hier auf? Liebt dir kein Müll? Nein, nein, nein Das kann man doch alles benutzen Das kann man doch Denk über die möglichen, nein. Ahm, der klugscheißer Sohn. Sohn, können wir jetzt endlich gehen? Nein, 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 noch ein bisschen. Laut einer Studie ist es nämlich durchaus gut, wenn man schon in frühen Jahren viel liest. Aber auch für deine alten Jahre kann ich dir ausgesprochen viel zu lesen anbieten. Hier ist noch ein bisschen zu lesen. Der Überaktive. Was ist los mit dir? Vielleicht beruhige ich das Buch. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Das erwachsene Kind. Papa, Papa, darf ich Fernsehen gucken? Ist das dein Ernst? Du bist 30. Geh arbeiten und kauf dir deinen eigenen Fernseher. Ey, yo, da ist sie, Alter. Ey, komm, Alter. Ey, fack, Alter, komm. Ey, darf ich Autoschlüssel? Gibst du mir Autoschlüssel? Darf ich Auto fahren? Nein. Alle meinen Kunden dürfen Autoschlüssel, Alter. Komm, gib mich Autoschlüssel. Tu mich Autoschlüssel, komm. Wieso? Ey, komm, komm, Alter. Tu mich Autoschlüssel, Alter. Komm, komm, du dich Autoschlüssel, komm.